In diesem Workshop zeige ich dir, wie du auch sehr umfangreiche Dateien mit einem einheitlichen Erscheinungsbild versehen kannst. In den Materialien findest du diese Informationsbroschüre der Sekundarschule Andelfingen. Sie ist inhaltlich schon fertig und auch mehr oder weniger fertig gestaltet. Über die Ästhetik lässt sich natürlich immer streiten. Aber du kennst sicher das Problem, dass wenn man nachträglich findet, die Schrift sei vielleicht nicht geeignet, so muss man jeden einzelnen Absatz nachträglich ändern. Und das kann sehr umständlich sein und vor allem kann es zu Fehlern kommen, dass vielleicht dann ein Absatz vergessen geht und so dann eben eine völlig andere Schrift sich einschleicht. Hier sind Formatvorlagen eben eine sehr wirkungsvolle Methode, um mehr Einheitlichkeit in ein Dokument zu bringen. Du hast dich sicher schon gefragt, was diese Bezeichnungen hier sollen. Standard, Überschrift 1, Überschrift 2. Falls das bei dir nicht sichtbar sein sollte, müsstest du unter Ansicht, Symbol, Leisten, Format, die entsprechende Leiste einblenden lassen. Mit diesen Bezeichnungen wird eigentlich die Struktur der Datei festgelegt. Also Standard ist ein normaler Text, Überschrift 1 ist der Haupttitel und Überschrift 2 wäre ein untergeordneter Titel, Überschrift 3 ein noch kleinerer Titel und so weiter und so fort. Ich persönlich mag diese Darstellung hier über Toolbox anzeigen bzw. dieses Symbol hier. Kommt die alte erwürdige Palette zum Zug, die von früheren Word-Versionen noch an Bord geblieben ist. Microsoft kann sich nie recht entscheiden, wie sie die Funktionen präsentieren will. Es gäbe nämlich hier noch eine weitere Möglichkeit, Formatvorlagen auszuwählen. In dieser Palette wähle ich normalerweise die Ansicht nur derjenigen Formatvorlagen, die im Dokument vorhanden sind. Möglicherweise müssen wir später noch etwas umstellen, weil wir beispielsweise hier jetzt Überschrift 2 und 3 gar nicht zur Verfügung haben. Nun, ohne gross in die Details zu gehen, formatieren wir nun alles mal konsequent mit diesen Formatvorlagen. Das soll nun also die Überschrift 1 sein. Das hier die Überschrift 2, das müssen wir nicht speziell formatieren, das ist Standard, hingegen hier wieder Überschrift 2 und so weiter und so fort. Da lasse ich dich mal ein bisschen arbeiten. So, ich bin soweit. Nun, eine grosse Änderung sehen wir nicht. Diese Überschrift 2, die ist höchstens ein bisschen peinlich mit als Kursivschrift mitten in normal gestellten Schriften. Aber das lässt sich jetzt leicht ändern. Nehmen wir uns zuerst einmal diese Überschrift 1 vor. Das soll nicht die Calibri sein, sondern in meinem Fall jetzt die Helvetica Neue. Und zwar im fetten Schnitt und etwas grösser, nämlich 18 Punkt. Nun, damit ich das nicht jedes Mal wieder von Hand machen muss, kann ich nun in dieser Formatierungspalette auf dieses Dreieck klicken, neben der Bezeichnung und ich wähle die Option Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Und jetzt, wenn wir nach unten scrollen, siehst du, überall wurde diese Formatvorlage entsprechend geändert. Ich muss mich also nicht mehr darum kümmern, wenn die Datei mal sauber strukturiert ist mit diesen Bezeichnungen, dass ich alles von Hand vornehmen muss, sondern ich kann einmal die Vorlage ändern und durchs ganze Dokument hindurch wird diese Formatierung übernommen. Schauen wir das noch in einem zweiten Beispiel an. Hier wiederum die Helvetica Neue als fette Schrift. Vielleicht jetzt aber nur 10 Punkt. Oder 11. Vielleicht noch etwas besser. 12 reicht auch. Und natürlich nicht kursiv. Und jetzt wählen wir wiederum Aktualisieren. Und das ist überall, wurde das sofort übernommen. Genauso machen wir es bei dieser Standardschrift. Hier machen wir einen leichten Einzug. Die erste Zeile soll leicht eingerückt werden. Vielleicht etwa so. Die Schrift soll wiederum Helvetica Neue sein, aber diesmal leicht. Und die Größe 10 Punkt, das reicht bei weitem. Dann vielleicht noch ein etwas luftigerer Zeilenabstand. Hier wähle ich Mehrfach 1.4 Und auch hier wieder Ändere ich Die Standardschrift, diese Formatvorlage Und im ganzen Dokument Wurde das angepasst Und wirkt jetzt wesentlich ELEGANTER Du siehst also Das ist sehr schnell vorgenommen Und vor allem Eben das ganze Dokument hindurch. Es lohnt sich, wenn man sich ein bisschen Diese Arbeit macht Wenn möglich schon von Beginn weg Mit diesen Formatvorlagen arbeiten Und dann ist es überhaupt kein Problem Wenn man auch nachträglich Die Formatierung ändern möchte Und dann ist es auch ein bisschen Und dann ist es auch ein bisschen Und dann ist es auch ein bisschen